Femme Lab. Talking Science. Ja, guten Abend. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass ihr Tisch steht, deswegen bringt mir meinen Stuhl mit. Ich ziehe hier nicht einen. Ich zeige Ihnen heute mal Ihr Handy in seiner ursprünglichsten Form. Roh und ungekocht. Ich habe nämlich die Rohstoffe mitgebracht, die man braucht, um mein Handy herzustellen. Hier so ein kleines Köfferchen mit einigen Steinchen drin. Die meisten hiervon sind Erze. Erze sind Gesteine, die Metalle enthalten. Aluminiumerz, Eisenerz, schön schwer. Das sind so die bekannten Kupfer, kennt auch jeder. Natürlich stecken im Handy auch noch ganz viele andere Metalle drin, über 30 mit Namen, die man da nicht so kennt. Wolfram, Indium, Neodym von den berühmt-berüchtigten seltenen Erden. Also ein Köfferchen voll Steine. Das ist das, was in unserem Handy steckt. Naja, muss natürlich noch ein bisschen bearbeitet werden. Was hier in das Köfferchen nicht reingepasst hat, ist dieser dicke Klotz, den ich hier im Zug hergebracht habe. Das ist ein Golderz. Schön schwer. Kann ich Ihnen jetzt leider nicht zuwerfen. Das wäre nochmal nett. Das ist immer witzig, wenn man den mal in die Hand nimmt. Das Gute ist, der sieht von außen total unscheinbar aus. Deswegen brauchte ich mir im Zug da auch keine Sorgen zu machen, dass jemand mein schönes Golderz klaut. Weil wer nimmt schon Steine mit? Den habe ich aber deshalb nochmal mitgenommen, um einfach mal den Vergleich nochmal zu zeigen. Wenn man nämlich im Handy steckt tatsächlich Gold drin, deswegen habe ich es dabei. Aber nur ganz, ganz wenig. Rund 25 Milligramm, also wirklich wenig pro Handy ungefähr. So Pi mal Daumen. Wenn man dann eine Tonne Handys nimmt und eine Tonne Golderz und die vergleicht, dann steckt im Handy 60 Mal mehr Gold als in dem Erz, was man abbaut. Also kann man sich dann daraus eigentlich auch errechnen, wie lukrativ das Recycling von Handys ist im Vergleich zum neuen Rohstoffabbau von diesen Erzten. Also daher hier mal das Golderz dabei. Ja, die ganzen Gesteine oder Rohstoffe, die man also braucht, um Handys herzustellen. Welche Metalle, wie viel von diesen Metallen im Handy steckt. Das ist also Thema meiner Doktorarbeit. Und wie an den Steinen sieht man, ich bin eine Geologin. Geologen auf Partnersuche oder auf Partys sind immer so ein bisschen so, was machst du eigentlich? Ich verstehe das immer nicht, was Geologen machen. Hämmerchen, ich bin kein Handwerker. Mein Fachgebiet vergleiche ich dann immer ganz gerne so mit, ich mache Stammzellenforschung, Embryonalforschung, ist nicht verboten wie die Embryonalforschung, aber ich mache die Stammzellenforschung von Handys. Es gibt nämlich viele Probleme im Embryonalstadium von den Handys. Soziale Probleme, die Abbaubedingungen sind für die Arbeiter dort sehr schlecht, teilweise Kinderarbeit. Die Umweltprobleme, die dort entstehen, bei den Mengen an Rohstoffen, die wir abbauen, gibt es, erstmal braucht man viele Chemikalien, um dieses Gestein von dem Metall zu trennen. Also es ist ein massiver Umwelteingriff, den wir dort starten. Also soziale und Umweltprobleme bei der Herstellung von diesen Handys sind ein ganz großes Problem. Und das Recycling hatte ich auch schon erwähnt. Deswegen, das nächste Mal, wenn Ihr Handy kaputt ist oder auch Ihr Laptop, da stecken die gleichen Metalle drin, bitte zum Recycling geben. Danke. Danke. Vielen Dank.